Dresden ehrt Herbert Wehner. Dieses Denkmal des Dresdner Künstlers Peter Bergmann enthüllte heute der stellvertretende SPD-Vorsitzende Rau. Es steht in der Nähe des Geburtshauses des sozialdemokratischen Politikers. An der Feier nahmen auch die Witwe Wehners Greta und Sachsens Ministerpräsident Biedenkopf teil. Das 1,20 Meter hohe Denkmal besteht aus drei Edelstahlplatten mit dem Profil Wehners. Ein graviert ist der Ausspruch des Politikers, die Humanität wird stärker sein als Schießbefehl und Minengürtel, wenn sie sich entfalten.